Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, Braunschweig ist eine traditionelle und ganz großartige Kulturstadt. Wir haben nicht nur ein Staatstheater und unsere alten und ehrwürdigen Museen, wir haben viel, viel mehr, eine ganz vielfältige kulturelle Landschaft, auch gerade mit, durch und für junge Menschen. Gleichwohl ein bisschen was fehlt oder ist verloren gegangen. Und ich stehe dafür, das wieder aufzubauen. Aber ich bin zur Überzeugung gekommen, wir brauchen ein neues kulturelles Zentrum in Braunschweig. Wir brauchen einen Auftrittsort für neue Bands, für regionale Gruppen. Wir brauchen einen Auftrittsort für die, die noch nicht ganz so bekannt sind oder Musikrichtungen spielen, die nicht so im Mainstream liegen. Das sollten wir schnell umsetzen. Da würden wir eine große Lücke in der Braunschweiger Kulturlandschaft schließen. Und dafür stehe ich. Und auch darum geht es am 15. Juni. dass es nicht so các Kulturell criticize好好 Mazurs Bitcoin hat das gekürt. Begezwungen zu müssen in solchen thể und in der Garriere Wanderatan Aberлан das ist,